Jetzt schauen wir mal auf das Plakat, was Alfred gerade schon angesprochen hat, gestern. Bevor die Uhr ausgeht, jagen wir euch durch die Stadt. Ja, da würde ich gerne was zu sagen, weil ich habe, als ich das Plakat gesehen habe, ich will mich daran auch nicht gewöhnen und ich will da auch jetzt nicht das verniedlichen. Ich habe, als ich das Plakat gesehen habe, an den Vita abgedacht. Der Junge ist 18, hat einen Vertrag bekommen, macht sein Abitur in ein paar Wochen und soll jetzt also durch die Stadt gejagt werden. Das ist eine Androhung von Kriminalität, die, ich glaube, wir uns nicht gefallen lassen dürfen. Das sind keine Fans und keine Zuschauer, das ist PAK. Und wenn wir dieses PAK nicht aus den Stadien entfernen, haben wir auf Dauer ein Riesenproblem. Und ich meine jetzt nicht nur den HSV, sondern alle Vereine stellen sich hin und sagen, wir sind zutiefst betroffen, wir können das nicht akzeptieren und es besteht dann am Ende an Lösungsmöglichkeiten, ist dann gleich null. Ich meine, nochmal, Vita abgedacht. Komm rein, es ist heute so. Hey, Sebastian, guten Morgen. Schön, dass du da bist. Tut mir leid. Schnee treiben im Westen? Ich sollte jetzt auch nicht unterbrechen, aber tut mir leid. Ja, es war... Nein, nein, Alfred kriegt das hin. Ja, ich bin ja. Ich schließe mich vorbehaltlos an und finde es wichtig, das einfach mal als Statement zu platzieren. Das ist ein nicht diskutabler Punkt für mich. Das ist PAK. Ja, also das kann man jetzt so und so ausdrücken, aber das gibt ein No-Go. Dann würde ich sagen eher No-Go und das gehört nicht in den Fußball. Aber was muss der HSV machen? Was kann er überhaupt machen? Ich glaube, dass die Vereine sich viel zu sehr mit diesen Ultras, auch, ich sag mal, austauschen, Treffen, die werden dermaßen erhöht, dass sie sich wirklich inzwischen für wichtiger halten als den Verein selbst. Und ich glaube auch, diese Sicherheitsvorkehrungen, ich habe heute Morgen eine Stimme von Jens Todt gelesen, wir können da nicht reingehen, das würde zu Eskalation führen. Warum denn? Da waren Polizisten, da waren Ordner, warum... Wo meinst du den Fanblock oder wo rein? Ja, das Banner war ganz unten, warum wird das denn nicht da eingeräumt? Und wie kommt das überhaupt ins Stadion? Wir müssen da einfach mal drüber sprechen. Und das betrifft alle Vereine. Also das passiert ja öfter, dass Sachen ins Stadion gebracht werden. Ja. Möglicherweise auch schon vorher. Das macht es ja nicht richtiger. Nein, 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 ich will das gar nicht. Sebastian, wir sind beim HSV, wie du merkst gerade. Was habe ich schon verpasst? Ist der Präsident schon gewählt? Ich würde gerne das trotzdem differenzieren. Ich würde es nicht... Noch nicht? Ich mache ja nicht einen Fehler, wenn wir das ganz... Wenn wir das generalisieren. Die These, alle Ultras sind so drauf, ist falsch. Habe ich auch eigentlich gesagt. Vorsicht, Vorsicht, alles pack und so. Das ist... Man muss da ein bisschen vorsichtig sein. Man muss da wirklich differenzieren. Es gibt Ultra-Organisationen, die in ihrer Solidarität, ihrem Selbstverständnis ganz anders denken, ganz arbeiten. Das, was da gestern stand im Volksparkstadion, geht überhaupt nicht. Es ging um das Plakat. Aber Reinhold, ich meinte ja nur die. Genau. So. Da müssen die Vereine rein und wissen, wie sieht meine Ultraszene aus? Sie müssen sie einfach mal kennenlernen und es differenzieren. Sie müssen sich damit beschäftigen. Und wer sind die, die tatsächlich kapomäßig da stimulieren und Dinge tun, die nicht gehen? Und wo ist die Ultra-Organisation, die dem Verein wirklich solidarisch dient und gut tut und wirklich in jeder Hinsicht an der Seite des Vereins steht? Damit müssen sich die Vereine beschäftigen. Da müssen sie reingehen und müssen auch Menschen haben, die kenntnisreich sind, die sich nur damit beschäftigen und wirklich auch... Also wir müssen doch rote Linien markieren, die überschritten werden. Das war eine rote Linie. Da muss man reingehen, er muss sich das nicht beiseite schieben. Ja, sie sagen, da können wir nichts machen, da können wir nichts machen. Das ist eine fatale Aussage. Dialog, Reinhold, oder was? Ja, klar, überall. Also mehr Kommunikation, Dialog. Also da müssen auch Fanbeauftragten, die was von ihrem Job verstehen. Uli, du stehst da noch. Da ist Gott sei Dank ein bisschen ruhig. Wie hast du das mitbekommen, diese Wut der Fans? Ja, also wir kennen das schon aus den vergangenen Jahren, zumindest die Form der Busblockade, die es immer mal wieder gab, gestern auch. Es sind zum Glück immer nur in Anführungsstrichen 20, 30 dieser, ich will nicht sagen Fans, sondern dieser Idioten, die auch dieses Plakat hingehängt haben, die auch über den Zaun geklettert sind. Das ist zum Glück eine kleine Anzahl. Trotzdem muss man sie natürlich ernst nehmen und natürlich sind dann auch die anderen Fans gefordert. Die Nordtribüne ist gefordert, mit diesen Fans zu reden. Das Plakat vielleicht selbst zum Beispiel wegzunehmen. Also es ist schon eine brisante Geschichte und man darf ja nicht vergessen, wir müssen die sportliche Situation betrachten und der HSV steht tatsächlich so nah am Abstieg wie noch nie. Und der Verein ist noch nie abgestiegen. Diese Fans sind noch nie abgestiegen. Und ich möchte mir nicht vorstellen, was wirklich los ist in Hamburg, im Stadion und um das Stadion herum, wenn der HSV wirklich mal absteigen sollte. Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017